Hallo liebe Zuseher bei VPN Tester. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Martin. Persönlich unabhängig getestet ist unser Motto und wir zeigen euch heute eine Anleitung, wie man im Ausland mit Fire TV sehr einfach deutsche TV-Programme streamen kann. Und ich denke, wir fangen einfach mal gleich an. Und zwar ein Fire TV-Gerät ist ein sehr kleines Gerät. Es gibt sie sogar noch kleiner. Schaut mal her. Auch diese Größe gibt es. Die steckt man einfach an die Fernsehgeräte an. Bekommt man bei Amazon, wie gesagt, kosten irgendwo so zwischen 30 und 40 Euro. Also auch nicht eine große Investition. Und mit diesen Geräten braucht man nur einen WiFi-Zugang und kann damit streamen. Wenn man sich jetzt damit im Ausland befindet, zum Beispiel in Spanien, dann klappt das natürlich nicht. Aber ich zeige euch eben, wie das gehen wird. Also, das heißt, ihr braucht ein Fire TV-Gerät, das angeschlossen an den Fernseher. Ich habe noch eine Fernbedienung und ich habe das jetzt schon gemacht. Also ich habe jetzt auf meinem Fernsehgerät sozusagen hier oder auf meinem Computer das angeschlossen und ihr seht jetzt diesen Screen. So, als erstes würde ich mal sagen, ich befinde mich jetzt auch im Ausland. Das heißt, es wird jetzt nicht alles funktionieren, was ich euch jetzt zeige. Aber ich zeige euch das eben ganz bewusst. So, wir wählen jetzt hier die ZDF-App aus und wir laden die einfach mal runter. Da muss man dazu sagen, wenn euer Fire TV, wenn ihr den im Ausland kauft, dann kann es sein, dass der auch auf ein ausländisches Land registriert ist. Zum Beispiel, wenn ihr den in Spanien kauft, kann es sein, dass der von Haus aus spanisch im spanischen Amazon sozusagen im Kosmos des spanischen Amazons sich befindet. Dann findet ihr die ZDF-Mediathek nicht. In diesem Fall haben wir aber eine Anleitung, wie ihr das umstellen könnt. Das heißt, ihr könnt sozusagen bei Fire TV in den Geräten oder in den Amazon-Einstellungen umstellen, dass sich das Fire TV-Gerät auch in Deutschland befindet. Und dann könnt ihr auch die deutschen Apps finden. Das ist in meinem Fall schon der Fall. Wie gesagt, wenn ihr ZDF jetzt nicht findet, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran. Und dann sucht einfach auf unserer Webseite unsere Anleitung, die wir unter dem Video natürlich verlinken. Und dort wird euch erklärt, wie das gehen wird. So, wir laden jetzt einfach die ZDF-App runter. Das sollte eigentlich recht schnell gehen. Ist keine besonders große App. Die Installation läuft noch. Und so, jetzt ist es erledigt. Ich öffne jetzt diese ZDF-App einfach mal. Wir müssen natürlich hier zustimmen. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite hier ZDF jetzt live. Das schauen wir jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, das Video kann ja nicht ausgestrahlt werden. Aus rechtlichen Gründen in meinem Land nicht angezeigt. Diese Meldung werdet ihr sehen. Das ist aber wie gesagt kein Problem. Denn jetzt zeige ich euch, wie man das umgehen kann. So, ich gehe jetzt da wieder einen Schritt zurück, damit wir wieder in der normalen App sind. Und ich klicke jetzt hier auf die Home-Taste. Also auf die Haustaste mit dem Haus. Damit komme ich einfach immer zur Startseite von FeierTV zurück. Und ich suche jetzt hier eine weitere App. Und zwar heißt die Surfshark. So, ich werde das gleich sehen. So, hier ist es. Hier wird es angezeigt. Surfshark VPN. Und wir werden das jetzt installieren. So, ich lade das auch runter. Und während das runtergeladen wird, muss ich euch erklären. Und zwar Surfshark könnt ihr hier nicht in FeierTV direkt kaufen. Sondern dazu müsst ihr sozusagen entweder auf einem Smartphone oder auf euren PC auf die Surfshark Seite gehen und dort sozusagen euch einen Zugang kaufen. Ich denke, Surfshark kostet so 2, 3 Euro im Monat. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Werdet ihr aber alles auf unseren Testbericht finden. Also bitte besucht unseren Testbericht unter vpntester.org slash surfshark findet ihr den. Ich werde den aber auch hier verlinken. So, wenn ihr das habt, dann installiert ihr euch Surfshark auch auf dem Mobiltelefon. So, und zwar zeige ich euch das jetzt mal. Das braucht ihr, dass ihr Surfshark auf dem Mobiltelefon installiert habt, weil da funktioniert dann die Anmeldung darüber. Und zwar starte ich jetzt hier die Surfshark App. Und ihr seht hier in dieser Surfshark App, die ich jetzt hier einblende, rechts unten auf Einstellungen klicken. Danach gehen wir auf Mein Konto. Und dann gehen wir hier auf Anmeldecode eingeben. So, und wenn wir bei dieser Seite sind, in der Zwischenzeit ist auf dem Fire TV sozusagen das schon installiert worden. Und wir starten jetzt die Surfshark App auf dem Fire TV. So, das dauert auch einen kurzen Moment. Und ausgewählt ist hier auf der rechten Seite Anmelden. Da klicke ich jetzt mal. Und jetzt seht ihr hier auf der linken Seite im Fire TV, seht ihr hier einen Anmeldecode. Und zwar diesen Anmeldecode gebe ich jetzt eben hier ein. GZHW9J kann ich sagen, weil das ist ein Einmalcode. Und jetzt Anmeldung erfolgreich. Jetzt wird es ganz kurz dauern und auch der Fire TV wird jetzt erkennen, dass wir authentifiziert sind. So, und jetzt brauche ich auch sozusagen unser Mobiltelefon nicht mehr. Jetzt sind wir hier in der Surfshark Anwendung. Und die Surfshark Anwendung ist relativ einfach aufgebaut. Ihr seht jetzt hier auf der linken Seite Surfshark Funktionen und Einstellungen. Wenn wir eines nach rechts klicken, dann können wir hier nach unten scrollen. Und hier seht ihr verschiedene Länder. Ihr könnt euch nämlich hier in, ich weiß es nicht, 70, 80 verschiedene Länder verbinden. Und wir suchen natürlich jetzt aber Deutschland. Wir wollen ein deutsches Fernsehen sehen. Berlin. Und klicken jetzt hier in der Mitte einfach bestätigen das. Er sagt uns jetzt noch, er möchte hier eine verschlüsselte Verbindung aufbauen zu einem Surfshark VPN Server. Das erlauben wir. Das muss man auch nur einmal tun. Also keine Sorge, das braucht er nicht immer tun. Und jetzt sind wir, wie wir sehen, schon mit Berlin verbunden. So, jetzt klicke ich wieder auf die Home-Taste und hüpfe einfach wieder zurück zum Beginn sozusagen. Wähle hier jetzt die ZDF-App aus. Und klicke jetzt hier einfach auf jetzt live. Und jetzt sind wir gespannt. So, natürlich es funktioniert. Das heißt, jetzt bin ich im Ausland mit Surfshark über Deutschland verbunden und kann ganz normal die deutschen TV-Programme streamen, als wäre ich in Deutschland. Das Ganze funktioniert natürlich bei ARD, ZDF, bei allen deutschen Kanälen. Ebenso funktioniert es bei Disney Plus, Netflix, Dozen und so weiter. Bei vielen anderen Streaming-Anwendungen, die es vielleicht nur in Deutschland gibt. Funktioniert natürlich auch mit Österreich oder mit Schweiz. Dazu müsst ihr einfach in der Surfshark App dann nach Österreich oder in die Schweiz verbinden. Das war es eigentlich. Wenn ihr jetzt noch App habt und ich klicke jetzt nochmal zurück, ich zeige euch noch Einstellungen in Surfshark. In bestimmten Fällen, das zeige ich euch jetzt auch noch, könnt ihr die Surfshark App noch etwas gezielter konfigurieren. Und zwar klicke ich jetzt wieder auf die Surfshark App. Sie läuft immer noch im Hintergrund, wie ihr seht. Ich klicke jetzt hier mal auf Funktionen und habe jetzt hier die Umgehe. Und zwar kann ich jetzt zum Beispiel eben sagen, dass bestimmte Anwendungen auf dem Freya TV immer oder nie Surfshark die Verbindung verwenden sollen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, was mache ich jetzt hier, dass eine bestimmte App, ich habe jetzt via VPN-Routen, also ich wähle aus, dass nur bestimmte Apps immer diese deutsche Verbindung wählen sollen. Hier gehe ich auf die Apps und dann werden mir die Apps angezeigt, die auf dem Surfshark Gerät sind. Das sind eine ganze Menge, auch manche, die ihr gar nicht so direkt verwenden, verwendet. Jetzt müssen wir natürlich nach ZDF runterscrollen. Das wird lang dauern. Moment. Ich gehe mal oben auf Suchen. Das ist vielleicht einfacher. Dann nehmen wir hier ZDF aus. Es sind einfach sehr viele Apps und ihr findet das sonst nicht. Jetzt werden schon wenig weniger angezeigt, wie wir sehen. Und jetzt mache ich hier einen Haken rein. Und ich bestätige das. Und zwar passiert es folgendes. Jedes Mal, wenn ich die ZDF App starte, wird automatisch diese Verbindung verbunden werden. Also sehr praktisch. Das gleiche geht auch mit Ausnahmen. Also ihr könntet auch zum Beispiel sagen, bestimmte Apps sollen nie Fire TV verbinden, die Surfshark Verbindung verwenden. Ja. Könnt euch da ein bisschen spielen. Wir haben aber auch hier, wie gesagt, auf unserer Webseite wie pendester.org viele Anleitungen dazu und ich lade euch ein, die anzusehen. Wenn ihr Fragen habt zu den Ganzen, dann könnt ihr mich kontaktieren in WhatsApp, Telegram, per Telefon, Live-Chat auf unserer Webseite, per E-Mail. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare zu unserem Video. Und ja, empfiehlt uns weiter. Servus und alles Gute. Baba. Musik